Wir brauchen doch keine Verstärkung. Ich denke doch. Die paar Blocks werden wir ja wohl mit ihm schaffen. Hast du gesehen, was da draußen los ist? Ich traue niemandem. Sie fahren los. Ich bleib hinter ihnen, falls jemand ohne Einladung aufkreupt. Die Luft ist rein. Oh Mann, berühmte letzte Worte. Oh bitte. Warum riskierst du das? Weil Aberglaube lächerlich ist. Wir werden sehen. Alles ruhig. Vielleicht zu ruhig. Mann, ich wünschte, jemand hätte mich das sagen können. Maxi! Maxi! Wir haben Besuch! Hämmer, Herr Schläger. Immer zur falschen Zeit einen falschen Ort. Ich muss diesen Zeugen schützen. Zeugenmanipulation ist illegal. Ihr wollt doch kein Verbrechen begehen, Jungen, oder? Erledigt, die Spinne! Schnappt euch, Zeugen! Ich werde ihn zerlegen! Mit was hat er uns da getroffen? Das hätte schief gehen können. Ich sollte nach weiteren Hammerhead-Leuten in der Stadt Ausschau halten.